So, Sonntag früh um 7 Uhr. Mal gucken, was sie sagt. Oh, da wartet schon jemand. Ja, Süße. Da freut sich schon wer. Ja, der ist nicht viel, aber bitte. Der ist wirklich gut und süß, oder? Hier ein bisschen sauber machen. Wasser hat sie noch ein bisschen. Die haben wir trotzdem nicht laufen lassen. Okay. 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 Und darin kaffee. Okay. Juhí. Da. 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 Weil es übrigens hier was anderes zu sehen gibt, als die Amstieärztin behauptet, wäre das nicht wahr, was ich hier mache. Das ist nur aus meiner Sicht der Dinge und deswegen wird das nicht gewürdigt. So hat es das Gericht geschrieben. Also wie gesagt, wenn man in den Videos meine Sicht der Dinge sieht, wird das bei Gericht nicht gewertet, weil es nicht die Sicht der Amstieärztin widerspiegelt. Hier bin ich erstmal fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.